Es wird Zeit, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. Um was muss ich mich jetzt alles kümmern und wer unterstützt mich? Wie soll ich das alleine schaffen und wo finde ich qualifizierte Mitarbeiter? Ich brauche dringend einen neuen Standort. Wer hilft mir dabei? Die Bezirksstellen der Wirtschaftskammer Oberösterreich sind ein verlässlicher Ansprechpartner für alle wirtschaftlichen Anliegen. Zusammen setzen wir die nötigen Schritte für deinen Erfolg. Für jede Unternehmensphase haben wir für unsere Betriebe in den Regionen das passende Angebot und helfen gerne vor Ort. Eine Unternehmensgründung ist eine Lebensentscheidung. Wir verstehen die Herausforderungen, die mit dem Schritt in die Selbstständigkeit einhergehen. Die Mitarbeiter der Bezirksstellen haben mich von Beginn an begleitet und mir bei den wichtigsten Rechtsfragen, Förderungen und vielem mehr geholfen. Wir bieten maßgeschneiderte Unterstützung, getragen von Erfahrung, regionaler Vernetzung und Vertrauen. Innovative Unternehmer sind das Herzstück unserer Wirtschaft. Wir bieten ihnen digitale sowie regionale Netzwerke und haben Initiativen und Awards geschaffen, um unsere jungen Visionäre ins Rampenlicht zu rücken. Wir spannen den Bogen zwischen Regionalität und Globalisierung, um unsere Unternehmen zu neuen Erfolgen zu beflügeln. Unsere Wirtschaft steht im globalen Wettbewerb. Gut ausgebildetes Personal ist der entscheidende Vorteil der heimischen Unternehmen. Eine der größten Herausforderungen für uns als Arbeitgeberbetrieb ist die Suche nach geeigneten Fachkräften und Lehrlingen. Umso mehr freuen wir uns über die ständigen Bemühungen der WKO, Schule und Wirtschaft zu vernetzen. Regionale Lehrlingsmessen und Berufserlebnistage sind ein wichtiger Baustein für die Fachkräftesuche geworden. Als äußerst hilfreich haben sich Realbegegnungen erwiesen, wenn wir also den direkten Kontakt zur Wirtschaft bekommen. Zahlreiche Weiterbildungsangebote, Digitalisierungsoffensiven und Förderungen helfen zusätzlich dabei, den Arbeitsmarkt zukunftssicher zu gestalten. Und da sind wir der Wirtschaftskammer sehr dankbar. Das ist der optimale Umgang, um die Berufswahl bei Kindern und bei Eltern voranzutreiben. Die Aus- und Weiterbildung ist eine wertvolle Investition in die Zukunft. Regionale Wi-Fi-Bildungszentren sind deshalb wichtige Partner für unsere Betriebe. Die Bezirksstellen entwickeln und unterstützen Standortprojekte und verbessern somit die Infrastruktur für anliegende Unternehmen. Wir haben eine sehr enge und effiziente Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer. In dieser Zusammenarbeit versuchen wir gemeinsam, Hürden für die Unternehmen aus dem Weg zu räumen. Dabei wird der bürokratische Aufwand auf ein Minimum reduziert. Als treibende Kraft setzen wir uns dafür ein, optimale Bedingungen für Unternehmen zu schaffen. Dies beinhaltet die Unterstützung bei der Entwicklung digitaler Infrastruktur, die Förderung von modernen Verkehrsanbindungen und die Schaffung attraktiver Gewerbegebiete. Durch die perfekte Zusammenarbeit der Verantwortlichen in den Bezirksstellen sind hier für uns, für die Braukommune, optimale Voraussetzungen geschaffen worden. Das Projekt zum Ausbau der S10 stellt ein Schlüsselelement im Straßenbau von Oberösterreich dar. Für die Braukommune war natürlich wichtig, dass wir den Verkehr in der Innenstadt entzehren. Letztendlich ist es gelungen und die Fahrzeit in den Zentralraum ist damit um mehr als die Hälfte verkürzt worden. In den Bezirksstellen der Wirtschaftskammer Oberösterreich sind wir Berater und als Funktionäre selbsterfahrene Unternehmer. Wir sind vertrauensvolle Partner und unterstützen unsere Unternehmen mit Kompetenz, Vertrauen und Verständnis auf jedem Schritt ihres Weges. Das machen wir tagtäglich mit Hartnäckigkeit und Leidenschaft. Wir sind vor Ort. Wir kennen den Bezirk und die Akteure. Wir helfen, wo wir können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Von dem Bezirk und den 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 Bezirk. Untertitelung des ZDF, 2020